Ich bin grad sehr konzentriert. Äh, nach Karrierefragen. Sei doch mal ein bisschen nett zu ihr. Hm. Schmeichel ihr ein bisschen. Gleichzeitig muss ich ihr mit denen auch noch. Sehr nett, dass wir alle. Was ist denn los mit ihm? Nebahana Ufrif. Nosh, Volkanafe. Vapen? Uh, ja, meiboof. Snerzo gobbler. Yifid me? Reiluf. Bemvoid? Skuma. Zoribon. Zarkini Lenard. Badish. Oh Gott, ich muss mich kurz auf Finn plaudern lassen, weil er glücklich ist. Okay, geht er. Oh, Gott sei Dank. Drei Sims, gleichzeitig Musik, das wird nicht so einfach. Äh, kann ich das irgendwie mit Zuhören oder sowas? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich denn... Warum ist hier jetzt keine Bartschusse? Es sollte eine Barfrau kommen. Okay, dann... Nee, warte, 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 das machen wir so. Nix mehr engagieren. Okay. Du wolltest mit ihr was machen? Tag verschönern. Und du kannst dazwischen... sich etwas wünschen. Toru auch noch. Alles klar. Ihr sterbt auch alle... Ihr sterbt auf meiner Geburtstagsparty. Das ist natürlich der absolut perfekte Moment. Warum sterbt ihr denn alle jetzt? Hier! Woested! Wo ist denn? Hehehe, Nullets! Lumina! Und da da hoch. Naba! Quo! No! Lumina Kloch! Luh! Ahaha, Absinnius! Oh, oh! Ich hab es dir gemacht! Toll, jetzt sind alle traurig und am heulen und Warum geht hier keiner an der Bar arbeiten? Was ist denn das? Dann musst du da eben hin Ich sehe inzwischen zu, dass ich Toru hier hinten zu Emilia lege, immerhin waren die auch ein Katzenpärchen Irgendwie kriege ich hier nur keine Urne mehr hin Okay, dann müssen wir die Blumen ein bisschen verschieben denn das hätte ich schon ganz gerne Die beiden da zusammenstehen Die waren ja immerhin ein Katzenpärchen So Dramatischste Geburtsaufsfeier ever Boah Es sterben einfach alle Warum gehst du da jetzt nicht hin? Machst du das jetzt bitte Achso Jetzt sitzt er, okay Geht was trinken, ey Hör dich die Musik an und macht irgendwelche lustigen Sachen jetzt Hier, komm Das soll eine Geburtstagsfeier sein und ich hab nicht mehr sehr viel Zeit Komm, trink was Die haben ja alle ihren Spaß Das ist Kann sie nicht was mittrinken? Hm? Das wird nichts mehr in meinem Gewurzeln Hier Jetzt höre ich ja langsam keine Lust mehr Was ist denn mit meinen Katzen los? Bronze Na toll Wundert mich auch kein Stück Wenn ich sehe, dass hier alle 5 Minuten eine Katze stirbt Ich dachte, sein Geburtstag wäre der perfekte Moment, ne? Aber war wohl nix Was ist denn das? Was ist denn das? Oh, was ist denn das? Lacey, du jetzt auch noch, ja? Und Richter stirbt gleich hinterher, ich seh's doch schon kommen. Ne, jetzt geht der da nix von bekriegt, bist du, ne? Oh Gott, dafür, äh, musst du sehr dringend aufs Klo. Und hast sehr großen Hunger. Ich hab schon gar keine Lust mehr, irgendwie danach zu gucken, die sterben ja doch alle wie die Fliegen hier. So, das Kind geht jetzt bitte wieder ins Bett. Während ich versuche, hier, äh, die dritte Katze hier hinten irgendwo unterzubringen. Du kommst da an den Rand. Das ist doch jetzt der Friedhof, ey, jetzt fehlt ich nur noch eine und dann, äh, dann hab ich auch keine Lust mehr hier. Ja, bevor du schlafen gehen kannst, musst du, glaube ich, wirklich ihn nochmal rausschmeißen. Und dann kannst du schlafen gehen. Um Gottes Willen, so langsam, äh, oh, oh, dieses Magenkrummeln klingt gar nicht gut. Ja, ich weiß, aber mein Kleinkind kann mittlerweile schon alleine aufs Töpfchen gehen. Da muss niemand mehr zugucken. Das kann jetzt schon ganz alleine und da unten findet es auch ganz viel alleine zu essen. Einzige, was es nicht kann, ist alleine baden. Und ehrlich gesagt, deinen Eltern geht's nicht so gut, weil hier in einer Runde Tiere sterben und das ist auch nicht so schön. Jetzt haben wir nur noch Richter hier und der Tod, der bleibt schon mal gleich hier, damit er, äh, damit er Richter gleich auch noch mitnehmen kann. Und dann haben wir hier nicht ein einziges Haustier mehr und irgendwie ist das ein bisschen einsam. Ach, jetzt weinen die sogar im Schlaf. Es ist ja schon ein bisschen, es ist schon traurig, es ist sehr traurig. Hätt ich das gewusst, hätte ich die Party jetzt auch nicht geplant, aber, ähm, das kann ja auch keiner ahnen, Menno. Oh Gott, jetzt wird Richter auch noch krank, das ist super. Komm, steh auf, du bist wach genug. Geh im Duschen und aufs Klo und dann musst du mit Richter zum Tierarzt. Das ist auch, weil er vielleicht nicht mehr lange zu leben hat, aber das ist egal. Er ist krank. Das geht nicht. Ich möchte, oh, mir sind schon drei Katzen jetzt tot umgefallen. Richter hat sich noch ein bisschen... Kann ich eigentlich... Kann ich eigentlich über Internet auch irgendwie ein Tier adoptieren? Haushalt. Richter soziale... Äh, Adoption... Adoptieren... Katze adoptieren... Ah, Katze und Hund adoptieren. Sehr schön. Dann machen wir das mal. Ja, wenn wir wieder da sind. Ich mein, das ist ein bisschen leer, so, so ganz... Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Kannst du das bitte lassen? Kannst du ihn nicht umarmen oder liebhaben? Oder andere Dinge machen, die Kinder so machen? Keine Ahnung. Gut. Wie geht's jetzt sowieso erstmal zum Tierarzt? Oh, Gott. Was ist in diesem Spiel eigentlich heute los? Ich gehe ja nur schief. Direkt er zur Behandlung anmelden, bitte. Zum Glück haben die hier auch Klos. Da kannst du ja wenigstens mal aufs Klo gehen. Oh, niebe! Ja, der war doch bei uns im Garten, der Opi. Wenigstens kümmert sich da jetzt mal einer drum, ey. Oh. Denk hier auf das Klo. Mir doch egal, welches der Klos du benutzt. Hauptsache, du benutzt eins davon. Ähm. Halt ich manchmal. Okay, vielleicht kann er auch einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Das ist sehr merkwürdig. Er kann nur noch zu Hause aufs Klo. Merke ich gerade. Alles andere wird nichts mehr. Wenn ich wiederkontschaufe. Meow. Meow. Mm-hmm. Hm. Mm-hmm. Hmm. So, jetzt gehst du bitte nach Hause. Mitsamt deiner Katze. Na, OP, sind wir wieder gesund? Sie adoptieren im Laufe des Zeugs auf jeden Fall noch ne Katze. Wir müssen echt noch ne Party schmeißen und... Eine Freundin müssen wir auch noch finden. Ach, was soll das... Schafft es, alle Merkmale einer weiteren Freundin herauszufinden? Das werde ich nie im Leben schaffen. Ja, beweg dich ein bisschen schneller nach Hause, dann kannst du zu Hause auch pinkeln gehen. Wenn er sich mal ein bisschen beeilen würde, der junge Mann, ne? Aber wird ja nix. Gut, er ist nicht mehr der Jüngste, ich weiß, wo trotzdem. Wenn er ein bisschen Schwung hintersitzen würde, dann wird das alles von alleine funktionieren. Okay, du gehst jetzt bitte aufs Klo. Du bist wach, warum auch immer. Du bist auch hellwach, du kannst das aufräumen. Ist ne super Idee. Äh. Es könnte eigentlich mal jemand dieses Kind baden. Geh Charlie mal baden. Sehr traurig. Ja, ich weiß, ihr seid alle sehr traurig. Oh Gott, ich weiß es doch. Ich find's doch auch schlimm. Besonders schlimm fänd ich mir jetzt... Nee, du musst du nicht bald zur Arbeit? Zwei Stunden... Nee, die... Nee, die zwei Stunden schläfst du bitte noch ne Runde. Ja, das war mir klar. Du bist wieder klein Stück gebadet. Badet dieses Kind. Lass dich dich immer von der sabbelnden Toilette ablenken. Ja, Basani? Ja, das war mir. Also, die lern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017